Den Malerbetrieb Küls aus Grafschaft mit seinen vier Mitarbeitern gibt es zwar erst seit eineinhalb Jahren und trotzdem hat ihnen Mike Krüger bereits ein Lied gewidmet. Denn René Küls und seine Leute haben beim Macherwettbewerb von Mercedes-Benz gewonnen. Und so singt Krüger nun... Denn wir produzieren Farben mit Gefühl und Präzision Und für jeden unserer Kunden finden wir den besten Ton Denn Farben anzumischen ist eine Frage des Gefühls Und das hat der Malermeisterbetrieb René Küls Das reimt sich nicht nur prima, sondern geht vom Rhythmus auch so richtig gut ab. So wie die Arbeiten der vier Maler aus der Eifel. Herzlichen Glückwunsch zum Song!